Zockermorde Zockermorde Weinti Zock Brille Wollt mir zumindest so verkauft Mit einem kleinen Special So ich hoffe es geht euch so richtig auf den Sack jetzt Das läuft die ganze Zeit Die ganze Zeit Und ich erlaube mir heute auch mal Beim zocken was zu trinken Weil ich einsam und verlassen bin Na ja Da wünsche ich viel Spaß beim Monstrum, Leute. Ja, Leute, da sind wir wieder, ne? Wir machen wie immer den Vorhang hier auf. Es ist wie immer nichts drin, ne? Wir gehen wie immer durch den Wandschrank. Also hier durch dieses... Wie nennt man das? Meine Fresse. Äh. Wie heißt denn das? Ich hab's vergessen. Äh, ich will immer Kabine sagen. Nein. Schreibt's in die Comments. Mir fällt's grad nicht ein. Um Kleideschrank, Gedöns. Ich weiß es nicht. So, und ich bin echt gespannt, was wir jetzt wieder für Monster haben. Bin ich sowieso jedes Mal gespannt. Ich find's immer noch erschreckend, dass ich mich immer noch jedes Mal hart erschrecke. Feuerlöscher, nehm mal mit. Ich hoffe ja immer, dass das wieder dieses, ähm, Monster mit den, äh, roten Glupchis ist. Was ich im Dunkeln lesen kann. Bin ich, äh, sehr neidisch, ne? Ich muss immer Lichter machen. Und da ist, äh... Oh fuck, Alter! Ich krieg's nie geschissen. Guck mal, Jumekke-Lupen. Halt, warte. Ja. Oh, alter, alter, warte. Oh, da, komm rein hier. Laufe. Wieder, äh, komische Stäbe, die brauch ich nicht. Ich mach immer, vorsichtig, mach ich wieder die Schränke auf hier. Ja, ich mach es, warte mal. Hier, Sicherung rein. Und ich möchte ja unbedingt gerne mal das Schlauchboot fertig kriegen. Und ich krieg gleich was für Schlauchboot, sehr schön. Okay, das ist, äh, alles leer. Meistens ist ja sowieso nur eine Sache drin, ne? Eine einzige. Aber für Schlauchboot, äh, Schlauchboot, äh, Schlauchboot, äh, Schlauchboot, ne? Fürs Brot. Vollkornbrot. Brauch ich auch noch das Klebeband. Und ich hab immer so das Gefühl, ich übersehe das oft. Und, ist das so unscheinbar? Ne, das ist Klopapier. Das brauch ich nie. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich würde... ...mit keinem Schlauchboot übers Meer schippern. Was ich mit, äh, Ducktape repariere. Das wäre mir doch zu heikel. Es ist das Monster, ich hör's. Warte mal, wo ist er? Ich hab's immer... Ich vergesse das jedes Mal. Hört der mich, oder... Oder wie läuft das? Hat der so riesen Augen? Eigentlich muss der mich, äh, sehen. Ich geh erstmal da rüber. Ich guck erstmal da hinten unten lang. Ne, warte mal. Da hinten unten ist Scheiße, glaub ich, ne? Aha, da ist er. Mach da einfach die Tür auf. Das ist doch nicht wahr. Aber ich hab immer gleich wieder... Gleich der Puls hoch, wenn er rumbrüllt. Aber mittlerweile sind wir ja Homies eigentlich. Der wird schon so oft getötet. Rein theoretisch, ne? Sollte ich keine Angst mehr haben. Habe ich da aber trotzdem noch. Achso, und ihr seht ja vielleicht, ich hab wieder Green Screen aufgebaut. Da ich heute sowieso meine, äh, Leuchterlampe hier, äh, auf der Nase habe. Das ist ja sowieso egal. Schweißgerät, super. Ich nehm's mit, ich... Ich nehm's einfach mit. Ich glaub, ich brauch's nämlich eigentlich nicht. Weil... Irgendwie das U-Boot, das krieg ich Ihnen nie fertig. Ich glaub, ich hab's doch nicht mal annähernd fertig. Doch, einmal. Da haben wir doch, ähm... Die Sicherung gefehlt. Nur die eine Sicherung hat noch gefehlt. Okay, hier kann ich mir wenigstens verstecken. Aber... Aber... Ich lauf im Kreis. Aber, aber. Jetzt nix. Was... Da brauch ich nix. Könnt ihr euch hier orientieren, wenn ihr hier rumlauft? Oder könnt ihr euch schon orientieren, wenn ich hier rumlaufe und so guckt? Also, ich komm nicht klar. Ich lauf hier schon wieder im Kreis. Was mach ich denn? Da kann ich doch richtig hart bumsen jetzt. Ist da was? Nö, ne? Da hinten ist irgendwas. Ach, ne, Kanone. Die Leuchtpistole. Die brauch ich nicht. Also, nicht unbedingt. Nicht zwingend, ne? Ich halt mir damit ja nur ein bisschen auf. Minimal und... Haha, ich weiß nicht, wo er ist. Aber irgendwo ist er. Lass es ein... Ja, ja, ja. Oh nein, ich glaub, es war voll falsch. Nein, es war richtig. Wir rennen runter. Wir rennen runter. Runter, 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 runter. Warte mal, ich geh mal hier hinten hin. Oh, er hat mich noch. Er hat... Das gibt's doch nicht. Ich hab mich hart verfolgt hier. Verpiss mich einfach wieder. Jetzt dürfte er mich nicht mehr haben. Er dürfte mich nicht mehr haben. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Er hat mich nicht mehr. Oh. Das ist immer der Psycho-Tower hier mit der Mucke. Psycho-Tower. Haha. So, warte mal jetzt. Das müssen wir hier lang. Aber hier komm ich doch her, oder? Ja. Na super. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Was ist das? Das brauch ich. Da komm ich auch nicht. Das ist sicher was drin, was ich brauche. Ich hoffe nicht. Oh, da liegt auch was. Ah, ein Glas. Ein beschissene Scheißglas. Auch eine Tasse. Das läuft schon wieder gut. Das läuft schon wieder richtig gut hier. Da komm ich her. Komm her, Ducktape. Hier ist auch nichts drin. Blinkert da gerade was? Blinkert das bei dem auch, wenn er kommt? Ne, der kündigt sich hier an mit seinem Latschen. So, hier Benzino. Kann ich aber mitnehmen? Kann der wegschmeißen. Ich kann der wegschmeißen, Leute. Ist ja kein Problem. Ja, ist klar. Aber da ist irgendwas? Ne, äh, achso. Was ist auch wieder dieses Piep, 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 Piep? Was soll denn das? Okay, Kitchen. Ey, wenn ich Ducktape habe, bin ich schon echt glücklich, ne? Das ist ein Feuerzeug. Okay, okay, pass auf. Okay, pass auf. Ich schmeiß mal. Wir merken uns das ja. Ich schmeiß mal mal hier hin. Und kann der vielleicht ein bisschen abfackeln, den Penner. Brinkt das was? Ah! Ich habe keine Zeit, hier Bilder zu gucken. Oh, hier weiß ich nicht. Ein Radio. Alter, jetzt muss ich was wegschmeißen. Hier. Er ist da, er ist da. Hört er hier. Nein, hier ist ein ganz beschessene Position. Oh, da, Leute. Schnell hier rum, schnell hier rum, schnell hier rum. Hier ist wieder, äh, Benzin. Bei dem muss ich auch hier mit einem Helikopter immer abholen, ne? Ich habe immer das Gefühl, das finde ich besser. Schuss mal mit Benzin, aber nö. Brauche ich Schuss, dann mache ich nicht. Okay, warte, warte, warte. Das ist ein Wecker. Ich habe ein Radio, ich habe ein Radius. Reicht da hin. Da ist der Schlüssel. Oh, Alter. Ich bin echt geneigt. Ne, mache ich aber nicht. Mache ich nicht. Aber bitte schon mal geflüchtet, das will ich nicht nochmal. Ich will jetzt mit dem Schlauchboot flüchten. Auf der Brücke liegt die eigentlich. Ich glaube, ich habe auf der Brücke selbst an sich. Und nichts hilft. Oh, Alter, geil. Geil, 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 geil. Mit, mit. Das ist natürlich das Problem, wenn ich das jetzt gleich einsetze. Aber wir gucken trotzdem. Wir gucken jetzt erstmal, wie es da aussieht. Weil ich muss ja irgendwie auch... Was brauche ich denn noch? Warte mal. Die Kette habe ich. Die kann ich jetzt mal gleich verbauen. Die können wir ja schon mal einsetzen. Ist ja NP, würde ich sagen. So, die kommt erstmal rein hier. Da ist die Luftpumpe. Habe ich? Ich habe alles. Das dauert immer so lange und ist so laut. Ich brauche ja sonst nichts mehr, ne? Ich hoffe, ich stehe es nicht. Ich hau es ja weg. Super. Ich pumpe einfach. Wenn er jetzt kommt. Egal. Der hinten läuft da rum. Habt ihr gesehen? Okay, wir hauen jetzt hier ab. Okay, wir hauen das hier ab. Wir bleiben mal ganz ruhig hier. Warte mal, kann ich das Radio vielleicht da hinwandern? Ne, da muss ich ja hin nachher. Ich laufe den Mixer auch noch in der Arme. Der verdammte Kackbratze. Das ist nicht wahr. Oh, der macht auch noch Alarm jetzt. Das ist doch richtig geil. Der hat mich richtig am Sack. Schnell weg. Aber ich werde jetzt verarschen. Ich werde jetzt hart verarschen. Ich werde jetzt da hinten hingehen. Das scheiß Radio irgendwo hinstellen. Dann schnell zurück. Hoch. Dann mit dem Schlauchboot abhauen. Sehr geil. Leute, meinst du, ich krieg das hin? Meint ihr, ich krieg das hin? Das wäre echt geil, wenn das mal klappt. Ah ne, ich bin nochmal hier. Ich kann ja auch nochmal ins Gesicht drücken hier. Diesen Feuerlöschermann. Wenn der macht man das, nutzen wir das hier auch. Richtig. Warte mal, wo komme ich hoch? Wo komme ich hoch? Hier. Okay, okay, okay. Ruhig dich, immer. Ruhig dich. Hier. Hier locken wir ihn hin. Hier locken wir ihn hin. Ich hoffe, der Plan geht auf. Dann läuft er wirklich hin. Dann läuft er hin. Wahrscheinlich da, wo ich langlaufen will. Ja. 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 Okay, er geht rennt da hinten hin. Er rennt da hinten hin. Das hört sich so an. Wir haben vielleicht ein little bit time. Jetzt. Für unser Dings hier. Was wir hier vorhaben. Oh, da haben wir wieder Stift, ne? Das ist so aufregend, wenn man so kurz vorm Ziel ist. Ja. Das könnte hinhauen. Muss ich nur wieder hochkommen hier irgendwie. Meine Fresse, wo kam ich denn hier hoch? Wo ist denn diese scheiß Treppe jetzt? Ich habe keine Zeit für den Scheiß. Ah. Kein Alarm hier, Alter. Hier. Ja. Yes. Hoch. Hoch. Brücke. Wunder, ey. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Zeit und uns da in Ruhe... Alter, weg der Scheißstift. Können wir, äh... Müssen wir noch weiter rüber hier? Nein, 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 nein. Fuck. Oh, Alter, komm. Es macht halt mal nicht so scheiße hier. So ganz runter einfach. Boah, komm, ey, komm. Mach mich nicht schwach. Boah, Alter, ey, was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Bitte. Boah, Alter, das wird doch nichts. Ja, jetzt ist er da, ist er wieder hier. Ist er, ist er, ist er drinne? Ja, ist er drinne. Hau ab, Mann! Du Spacko! Du Scheißpisser! Wir haben mich hart... Jetzt sind wir noch so in der Ecke laufen, noch so in der Ecke laufen. Rauslaufen. Rüberlaufen. Den Austricksen in den Kreis laufen. Oh, Alter. Wie du scheiße Fummel da mit dem Haken. Juhu! Jetzt habe ich nichts mehr hier, um den wegzulucken. Jetzt muss ich mir hier hinten erst mal ein bisschen aufhalten. Was er da hinkommt. Dann habe ich mir ein bisschen Luft. Oh. Herr Gott, ey. Ich muss mal ganz runterkommen. Geht's hier noch weiter? Nee. Machen wir hier ein bisschen Randalen. Komm her, ja! Hä? Ach nee, warte mal. Hallo? Vielleicht reicht das ja schon. Oh. Ich will hier hoch. Ich will wieder hoch. Na ja, krabbelt hier auf jeden Fall irgendwie lang. Ich hätte einfach mal nachgucken können, ob der es jetzt aufgebrochen hat oder nicht. Weil das raffe ich noch nicht so ganz, ob er das wirklich macht. So, ich weiß nicht. Hört der mich? Klar, ich habe ja Geräusche gemacht, also hört er mich. Also vielleicht ist es intelligenter jetzt, wenn ich hier einfach nur mal gehe. Boah, Alter, Leute. Jetzt muss ich das Ding noch hochheben. Zur Seite und runter. Ich glaube, da hinten war, äh, die Leiter, ne? Also die Treppe nach oben. Oh, Alter. Jeder Schallstift. Ja. Ja, okay. Scheißegal, ich renne jetzt. Das ist ungefähr, wo ich hin muss. Oh. Ey, ey, ey. Wegen der Scheiße hier. Hängt der drinnen, ne? Scheißegal, ich renne jetzt nicht. Ach, jetzt hängt der drinnen. Oh, dann hab ich wieder hier Der Scheiß, Wichser Runter, runter, runter Hau ab Ich muss abhauen, hier Nicht in der Enge, nicht in der Ecke treiben Nicht in der Ecke treiben lassen Oh, dann bin ich wieder irgendwo, wo ich noch nicht war Kacke Also ich werde jetzt Ich hab keine Ahnung, Alter, wenn ich jetzt hier zurückgehe Dann hat er mich doch wieder Ich fach auch mal die Dinger aus hier Die haben mich schon mal getötet Okay, okay Wir gehen jetzt hier wieder hoch Ich hoffe Ich hab keine Ahnung, ob der hier rumlungert Ich hab keine Ahnung, Leute Und diese Scheiß, der geht mir auch so Nicht das hier wusste, ne Wie er sich das so angeguckt hat, da Der Pisser Scheiße, wo ist er Oh, Alter, Leute Ich bin nicht da Er ist ganz nah Er ist ganz nah Er ist ganz nah Er ist ganz nah Okay, ich muss hier Ich muss Ich muss Rüber gehen Das nützt nix Nein, das ist Links ist scheiße Oh, Alter Wenn ich jetzt hier Ich laufe im Kreis Jetzt kommt er Mich richtig an Gebums Wo komme ich hier raus Hier war ich noch nicht Scheiße Oh, Kacke, Alter Wenn das wieder ohne Versteck ist Nein Space Komm, komm Kitchen Oh, Alter Darf ich jetzt hier wieder Ich komme nicht mehr klar Thomas Riegt an Richtig Ja, super Nein, 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 nein Oh, Arschloch Oh, Kacke Die ist zum Schluss wieder Panik Kriegt und hat mich Oh, töten lassen Oh, ist so ärgerlich Ich schaffe es nicht Ich schaffe es einfach nicht Was ist los? Okay, Leute Ja, dann probieren wir es halt nochmal Irgendwann Geschafft man das schon Ja Also, vielen Dank fürs Einschalten Hat es euch gefallen? Lasst ein Däumchen da Und, wenn ihr nichts verpassen wollt Abo Ihr kennt es ja Also, vielen Dank Eure Zuckermade Ich kämpze Ja Ich kämpze Ich bin Ich bin Ich